Was ist das Neubürgerurteil? Das Neubürgerurteil ist eine ganz spannende, neue und richtungsweisende Entscheidung vom Landgericht München I. Und zwar ist dort erstmalig wirklich niedergelegt worden, dass, man kann sagen, eine Pflicht zur Compliance von Seiten des Vorstandes besteht, zur Einrichtung einer Compliance-Struktur und Organisation im Sinne eines echten CMS. Legal gibt es bis jetzt in Deutschland nirgendwo eine Verpflichtung, eine Compliance-Organisation einzurichten. Aber mit diesem Urteil ist jetzt festgehalten worden, dass der Vorstand verpflichtet ist, eine entsprechende Organisation tatsächlich aufzubauen, gerade in großen Unternehmen, wie es hier konkret die Siemens AG betroffen hat, um etwaigen Rechtsverstößen im Unternehmen vorzubeugen und diese möglichst auch auszuschließen. Dasen 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 Untertitelung des ZDF, 2020